La 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 Meine Mid-Furries können sehen, wie ich leide, deinetwegen heul ich mir die Augen aus. Vielleicht liegt's auch daran, dass ich mir deinen Film anschaue, aber das kommt aufs selbe raus. Ich hab dein Rezept siebenmal versalzen und meine Käsepizza würze ich mit Bier. Alle meine Zuschauer, die sonst mit der Zunge schnalzen, werfen plötzlich mit dem Daumen runter nach mir. Ich glaub, du hast mein Herz tranchiert, mein Fell flambiert, sowas ist ganz schnell passiert. Hast mir einmal in die Augen geschaut, da bin ich aufgetaut, hast meinen Filmabend versaut. Kann ich mich jemals wieder auf YouTube wagen? Liebe geht durch den Magen! Ach, Toing, Boing und Radadoing! Tschüss! 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 Vielen Dank.